Untertitelung des ZDF, 2020 Nehmt eure Waffen und zieht eure Schuhe an. Wir müssen eine größere Entfernung zurücklegen. Wir waren auf uns allein gestellt. Wir reisten durch ein zerstörtes Land. Wir leben nach seinen Regeln oder wir sterben. Oder noch schlimmer, wir sterben und kommen wieder. Wie viele Wesen haben Sie schon getötet? Noch nicht genug. So wie der Mister meinte. Frei sein oder sich ausliefern. Der Horrorfilm des Jahres aus Amerika. Haltet eure Waffen immer bereit. Was haben Sie vor? Ich werde dieses Ding töten. Gott ist mit Ihnen. Schließ die Tür. In dieser Welt ist die gefährlichste Sache lebendig zu sein. Vampire Nation Wie viele von denen sind da draußen? Nur eine. Und die ist voll übel draußen.